Was bitte hätte man gemacht, wenn man keine Fackeln gehabt hätte? Ein doofes Gesicht wahrscheinlich. Also ja, wir sind in der Ecke des Shadowlight Devices jetzt. Gucken wir mal, ob das was bringt. Das ist jetzt nicht. Wow. Hi Jungs. Ich kann lasern. Oder euch einfach zerhacken. Dann brauche ich mir nämlich nicht die Mühe machen, euch... Genau. So. Falscher Stein. Das klappt schon mal nicht so, dann machen wir das eben so. Da gibt es einen Knopf. Zum Drücken. Hier gibt es keinen Knopf zum Drücken. Das macht hier alles auf. Okay, das war noch recht easy. Abzweigungen, in denen Gegner sein können, ist nicht so schön. Ja, da brauchen wir schon mal unseren Orb. Für diese... Für diesen Bereich. Das Ding können wir ziehen. Und da können wir was aufmachen. Okay. Wow. Wer hat dich eingeladen? Okay, scheinbar werde ich hier Fackeln rausnehmen. Spawnt hier was? Gut, zu wissen. Aber ganz ehrlich, das war bis jetzt noch recht einfach. In Anführungszeichen auf wahr. Was sind das für Ghule? Okay, die kann ich smiten, weil es sind irgendwelche Ghulviecher. Die Jungs sind halt ein bisschen gasstiger. Ah, dadurch, dass ich... Jetzt Smite and Death besser benutzen kann. Okay, das sind zwei Bloody Skulls. Galt's. Oh. Geistertentakel. Geistertentakel. Und da ist noch eine Mumie. Au. Autsch, minus ein Surf. Aber das ist nicht so schlimm bei ihm. Haben wir erstmal die Säulen weg. Das meiste hier sieht recht verwachsen aus. Und ja, Manuel ist krank. So, einfach weg smiten. Hinter dem Ding höre ich schon mal Teleporter. Es könnte aber sein, dass das einfach ein anderes Gebiet wieder ist. So, einfach weg mit dir. Gut. Wobei ich ehrlich zugeben muss, dass mir das fast schon zu einfach und zu schnell ging. Hier könnte irgendwo noch was versteckt sein. Und ja. Essen sieht mittelmäßig aus. Mal was wir am Blaubeerkuchen haben. Das war der falsche. Das war der richtige. Gut. Hm. Also ja, man merkt, wir sind ein bisschen overpowered für diesen Bereich des Shadowlight Devices gewesen. Und dabei habe ich nicht mal meinen Doom Laser benutzt. Außer das eine Mal bei dem einen Bogenschützen, den ich im Instant gekillt habe. Okay. Die Flamme können wir nicht extinguischen. Wir konnten uns nur die beiden Fackeln. Schnappen. Um die anderen beiden zu ersetzen, die wir jetzt hier verbraucht haben. Ja, den Knopf kennen wir bereits. Das kennen wir auch. Oh. Okay. Ich habe definitiv was Böses geöffnet. Ich höre untote Onmas. Okay. Das Problem ist, es hört sich nach so vielen an und ich möchte nicht eingekesselt werden. Ah. Ah. Okay. Weg mit euch. War's das schon? Oh, ich hab hier gleich schon was aufgepumpt Secret found Ja, aber ganz ehrlich, bevor ich mich hier weiter umgucke Will ich erstmal sicher gehen, dass das Die einzigen Untoten waren Naja, nach mir hört es sich jetzt schon mal nicht an Ah, da ist noch einer Top Jo Haben wir uns recht gut durch die Untoten gehackt Gut Das heißt, ich hab hier noch mehrere Sequels aufdecken können Ich kann das leider nicht Deskonstrukten hier Was haben wir hier Obsidian Shield What the fuck soll das sein Lightning Blade Das klingt schon mal vernünftiger Und Leech Filet Plus 5 Hearth Das ist ja schön Okay, die Kiste Ganz drauf Wir sind mit dem Ding überladen Gut Ne, guck hier Mich könnte das Ding verändern Gut Hier hab ich bereits reingeguckt Da war ich noch nicht drin Und ich glaub da gab's noch irgendwo was zum Einboxen Genau hier So Dann bleib mal ruhig bei der Waffe fürs Erste Damit wir den Laser nicht zu sehr verschwenden Die Ancient Battle Axe Überlädt dich Dich noch nicht Hat er grad was gewackelt? Hm Eine Shurika Die ist okay Und der Helm Willpower minus 1 Also ja, diese Obsidian Sachen Die taugen nicht wirklich was So Und da haben wir hier noch Intented Arrow Hm Eine Heizkette Pitwood Bread Eine Transmutation Scroll Und eine Divine Tincture Mal wieder eine Pressmaker Sword Könnten wir Was mit der Divine Tincture Anfangen Okay Das heißt wir können jetzt Das hier reinigen Welcome to your Horrifying Demise Punny Immortals You have to replace two Bennett's Orbs You have to left to replace Yes Mhm Ja Ja Das ist ja